So, guten Abend liebe Zuschauer, liebe Fans, ich bin jetzt euer Holger wieder, heute seht ihr mich nicht. Es gibt nur so ein kleines ASMR-Video heute mal ohne irgendwelchen Schnickschnack dazwischen. Nur aus meinem Garten. Und was ihr dann seht, kann sein, dass ich unten drunter was schreibe dazu. So, und einen schönen Anblick. So, und einen schönen Tag. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018